so ich habe jetzt nicht wieder einander dings rein nein ich will nicht in eine lobby rein ich will die mission starten kann ich die nicht irgendwie extra starten als host oder muss ich da jetzt rein oder so warte mal ich habe spielen und box darstellt nein kann ich natürlich nicht ich muss jetzt glück haben dass du die mission tatsächlich mit starten kannst du als host diese wenn ich diese bennys mission weiß vielleicht schon gerade irgendwie die ganze zeit nur welche folgen dinger die noch ein suchen ja ich habe eine wunderbar dann lade ich euch jetzt mal kurz mit am 1 erste zweite das ist halt so los geht's das sozialarbeiter projekt ja deswegen kommen wir jetzt auch in deine lobby meine kleinen sozialarbeiter so wenn er dann alle bereit sind können wir starten fertig na los ja okay dann los geht's nach den drei stunden habe ich nur stürze gewöhne ich drin die sind heute leider als letztes mal bei uns in den partys wird immer heftigst gefügelt ja guck mal gesagt die wagen ist ja wir wagen ist ja ja los geht's heute sogar einen kleinen button krieg auslösen der sieht aus wie ein streber alter du bist ein streber das heißt das heißt stricher stricher das ist dein job marcus schönen hotpants egal ne Oh, ganz schön heftige Preise da hinten an der Wand, ey. Naja, die sind eh nicht ganz billig, die Dinger jetzt. Ich hab mir gerade, wie gesagt, einen Lowrider gekauft. Die kosten, ich bin mal anderthalb Millionen am Ende gewesen, beim Tuning. Ja, siehste. Alles gut. Ich kann nicht anders ganz kaufen. Ach, alles gut. Ich hatte drei, jetzt hab ich noch 1,6 oder so. Wir kriegen eh genug Kohle dann wieder rein. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Missions. So viel ist es nicht. Aber zumindest würdest du es mal drin haben. Ja, ne, ne, ne. Oh, du knackst. Boah. Oh, schon wieder ernsthaft. Hört sich an wie so ein Sturmhalser. Ja, jetzt wieder weg, aber gerade eben war es schlimm. Alles gut? Ja, jetzt ist es wieder gut. Okay. Okay. Aber eben klang es wirklich, dass jetzt dein Mikrofon gegen, äh, ja, Ventilator gehalten. Ich weiß es nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ist ja der Kabel. Ja. 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 Wie fährt denn? Okay. Wir fahren mit der Lila fahren. Na dann, let's go. Wenn man diese Streber, die noch vorbringen müssen, weißt du? Bis gleich, ne. Kürger in den Cut. Da für euch dränge ich mich vor. Bei Yvonne dränge ich mich rein. Tja. Ja. Nur, dass ihr, quasi, werdet ihr tauschen können, Herr Markus. Ich hab dann erst mit dem Online Team gewesen. Naja, alles gut. So. Der Böse-Straße. Hä? Ich konnte dir, ich dachte über die Straße. Ja, ja. He's dead. Motherfucker. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Alter. Alter! Ey, die KI hier mach' ich von einer lámhe. So, wir sind so alle schon tot. Weiter geht's. Damn, you can't skul, fool! Aight, aight, the other SA is over on Jamestown. They gon' bunk with the C, so get ready to chase them bitch asses down! ovao! box! box!box! box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box!box! Weiter geht's! Oh und die Digge überfahren! Ja! Haha! es gibt ja auch schlecken hier links papier dass der der haut ab und wie im auto oder ist der hier der geld genau weit rum ja die lateine mit war so akzeptiv auf die Beide tot. Oh, ich habe gar nicht angekommen. Ich bin hier. Ja? Mein Gott. Ich bin hier. Ich bin hier. Ähm. Ähm. Achso. Wir müssen warten, bis die anderen da sind. Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. Wir sind schon unterwegs. Da sind wir. Da sind wir. Es gibt mich zum Treffen. Ich glaube gar nicht, dass wir jetzt auch umballern müssen, sondern einfach nur erstmal. Doch. später dann ja klar wahrscheinlich doch jetzt nein ja 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 das ist explodiert gerade das ist in riko ich habe auto erwischt ich muss jetzt mal was essen das war gar nicht so doof da hochzufahren weil dadurch haben wir jetzt ein bisschen weniger die drei sind nämlich los sie kommt man nämlich nicht mit hoch irgendwie ich weiß halt wie es geht jetzt hätten hier noch mehr baby meine ich die fette meiner weiter mit mir das war sorry das habe ich zu viel denn habe ich mitgenommen hinein dann habe ich auch geholt wunderbar da sind wir schon ich habe es nicht ja wir sind kaputt nach was die kratzer stehen im wagen ich habe da ein paar einschusslöscher auf meinem kopf m aber das ist nichts nicht 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 Ich bin jetzt hier in 1991, die niggas getrennt von links und rechts, die Straße verletzt mit Blut, und im Endeffekt, die nur diejenigen zu überleben ist, ist der Lyin-Sneeky-Muh-Fuckern, und guck's was, ich planzei auf sein, der Lyin-Sneeky-Muh-Fuckern. Das ist die Wettbewerb! Ich bin wie ein Gangbang-Guru, die euch die niggas die essentiellen, um die niggas zu legen. Du fühlst mich? Hey, jetzt gehst du dir ein paar Rest, Mann. As a matter of fact, when you finish laying down, why don't you get you a nice new outfit for my coordination, cause we going places, people. Hey, go in there and check out that boy-Fuckern. Ich hab da schon 5.000 Reo zum Beispiel verstanden. Was? Ich hab da alle so nervig. Wer ist nervig? Mein Verlobter. Kommt vor. Ich muss noch sagen, ich hab's verstanden, Junge. Aber erst nach der Aufnahme, das weißt du, da brauch ich auch keinen, jemand, der mit dem Handy vom Bildschirm rumfummelt. Doch. Was? Er fummelt nur mit dem Handy rum? Das macht er schon ständig. Dann würd ich mir Sorgen machen. Er macht was grünsätzlich falsch. Das klingt so falsch, das klingt so falsch. Er fummelt nur mit dem Bildschirm rum. Oder vor dem Bildschirm rum. Mit dem Handy. Er muss die Knöpfe benutzen. Die Knöpfe, nicht den Bildschirm. Er muss die Knöpfe benutzen. Die Knöpfe, nicht den Bildschirm. Ne, brauch ich jetzt nicht. Wie war das, dieses Update gemacht, damit die Ladezeiten nicht mehr so lang sind? Ach, ach. Ach. Ich hab immer noch mal eine Wittschirm fest. Da hat man sehr viel von Rockstar. Aber die neue, wir haben noch nicht dauernd einen Moment, ne, bis er eine neue Mission startet. Weiß ich nicht. Ja, ich sehe gerade keine, keine Lama-Davis-Mission. Bisher irgendwo noch eine zweite Mission, die kann ich aufploppen. Das ist bestimmt wie bei der Casino-Mission, dass das immer ein bisschen dauert, bis die nächste kommt. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut, dann kann ich das ja gerade mal kurz die Zeit nutzen, um zum Ammonischen zu fahren, weil ich brauche dringend neue... Ja, ich hab immer noch ein Ladebildschirm. Da ist es ja. Wo wurde gerade diese komische Dings erklärt? Jetzt, jetzt bin ich draußen. Ich hab mal gerade kurz, ich muss grad gucken, wo der nächste Ammonischen ist da oben. Ich dachte immer, du bleibst drinnen. Ich bleib hier auch normalerweise in Sprünn. Hör, Yvonne. So. Klammer. Erstmal wieder bei euch beitreten hier. So, auf jeden Fall haben wir jetzt nur eine Mission offen. Ich mach nur kurz, wie gesagt, ich muss mal ganz kurz noch zum Dings, zum Ammonischen. Ich brauche Panzerungen zum Scheiß. Da kann ich ja mal ganz kurz noch Toilette. Ja, das kannst du gerne tun. Dann schaut man so weit, diese gleich... Da fahre ich noch kurz zum Laden. Hier nochmal schnell nochmal neue Snacks kaufen. Ich hab hier aber auch keine mehr. Ne? Ach, stehst du denn aus? Ja, das war die Toilette. Mach ich jetzt auch gleich noch schnell. Ah. Ich geh auf, fahr fünf Kilometer über die Straße. Über die Straße, damit du noch mehr in die Karre fahren kannst. Wie die heute. Der nächste Depp. Ne. Boah, Alter. So, jetzt tage ich hier kurz mit zum Laden noch schnell. Ich brauch... Stacks. Ach, wir haben ja fast genug noch. So. Gut. Wo ist denn der zweite Punkt da? Alter. Hm? Na? Ich zicke rum? Ja. Lass das mal. Aber ohne Zickepizza gibt es jetzt keine Pizza mehr. Dann hast du dann gezickelt. So. Hm. Gibt's eigentlich schon. Ah, mit deiner Karre da. Mein Gott, muss man dann unbedingt da noch umstehen, ey. Wie hier? Wenn du sie leerst. Ich weiß, ich schaffest nicht. Das ist irgendwie región. Also wollen ja. Wir sehen uns jetzt nicht. Gloc. Alter, ey Die haben sich auf meine Karre abgefahren gesehen Teilweise rauschen die mir in die Möhre Da, die ganze Zeit Tricks KI So, bin wieder da Ich lade euch gleich ein Ich bin gerade unterwegs zur nächsten Mission So, Moment Die Frage ist, ist das Ding unten oder ist das Ding oben Wahrscheinlich ist das Ding unten Würde mich jetzt schwer wundern Also wenn das Ding nicht unten ist, dann sollte man sich Sorgen machen Oh, ja Alles gut Es muss von der Nase hängen gelassen Ja, kommt sofort wieder